Lass uns mal über die Naturgesetze sprechen, von denen du sicherlich schon ganz oft was gehört hast. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das nicht das erste Mal ist. Die Wahrheit ist, und wenn dich das jetzt auch ein bisschen triggert, wenn du, oder sobald wir, ich sage es allgemein, sobald wir, weil ich gehöre auch dazu, ich wende sie auch nicht zu 1000% an, sonst wäre ich auch schon an einem anderen Punkt in meinem Leben. Auch wenn wir frei und selbstbestimmt leben, aber dennoch nach oben sind ja nie Grenzen gesetzt. Es sind ja immer nur die Grenzen da, die man sich selbst setzt. Wenn wir alle wirklich mal in der Tiefe unseres Seins zu 1000% die Naturgesetze verstanden hätten, und nicht nur das, sondern im zweiten Schritt sie auch wirklich zu 1000% anwenden würden, dann hätten wir alle viele Themen, die wir da draußen in unserer wunderschönen Welt gerade haben, nicht, weil dann jeder so in seiner eigenen Kraft, Energie und Stärke sich seiner selbst bewusst ist und die Naturgesetze auch wirklich anwenden würde und so voll und ganz dem eigenen Herzen, dem Plan der Seele folgen würde. Die Veränderung, nach der viele im Außen streben, die beginnt bei jedem selbst, also auch bei dir. Und wenn wir uns unter dem Aspekt mal eines der Naturgesetze anschauen, ein ganz wesentliches, das Gesetz von Saat und Ernte, alles was wir säen, ernten wir auf. Metaphorisches Beispiel oder Beispiel aus der Physik, aus der Natur, wenn ein Bauer Äpfel ernten möchte, dann muss er Äpfel auch säen, also entweder in Baumpflanzen direkt oder einen Apfelkern in die Erde stecken. Wenn er Tomaten ernten möchte, dann muss er Tomatensamen säen. Wenn er Erdbeeren ernten möchte, muss er Erdbeersamen säen. Das funktioniert immer auf dem gleichen Weg. Er kann keine Tomaten säen und erwarten, dass er irgendwann Heidelbeeren erntet. Das geht nicht und das ist auch völlig logisch. Und das Gleiche gilt für uns Menschen. Das, was wir den ganzen lieben langen Tag denken, fühlen und dementsprechend handeln und dementsprechend nach dem Denken und dem Fühlen als Gedankenblasen, um dem Ganzen mal ein Bild auch mitzugeben, ans universelle Feld aussenden, das ist das, was wir säen. Und daraus resultierend mit unseren Handlungen entsprechend auch ernten. Das heißt, bezogen auf das, was du in deinem Leben gerne anders haben möchtest, sprich, der Punkt, an dem du gerade stehst, ist nichts anderes als das Resultat dessen, auch wenn das jetzt ein bisschen triggert. Ich weiß, das kann auch schon mal schmerzen, so war es bei mir, zumindest als mir, das war 2000. Ja, so 13, wo man mir das gesagt hat, die Situation, in der du gerade drinsteckst, hast du dir selbst aufgrund deiner Gedanken und Gefühle manifestiert. Das war heftig. Das heißt mit anderen Worten, die Situation, in der du dich gerade befindest, und das hast du sicherlich auch auf der unbewussten Ebene vieles gemacht, und deshalb sprechen wir ja heute hier darüber, hast du dir selbst erschaffen. All die Menschen, all die Situationen, unbewusst, das meiste sicherlich. Niemand erschafft sich bewusst Schmerz, niemand erschafft sich bewusst Leid und was auch immer. Die gute Nachricht dabei ist nur, wenn du es mal unter dem Aspekt siehst, wie kreativ du bist, eben warst, dir Situationen im Leben zu erschaffen, die du eigentlich gar nicht haben wolltest. Und mal siehst, was für eine Kreativität, was für ein Potenzial damit auch in dir verborgen ist. Und das Ganze mal umkehrst, dass du jetzt mal beginnst, diese Kreativität zu nehmen und bewusst einzusetzen und bewusst und stabil die Gedanken auszusenden und entsprechend damit einhergehend die Gefühle auszusenden, um das zu säen im universellen Feld. Was kannst du dann nur ernten? Was liefert das Leben, das Universum, das universelle Feld dir? Genau die Dinge, die du wirklich vom Herzen haben möchtest. Mit anderen Worten, du wirst damit dein Leben, im Grunde genommen, wenn du das möchtest, revolutionieren. Du wirst eine andere Lebenswirklichkeit vorfinden, nicht auf Fingerschnitt, nicht von jetzt auf gleich, aber du wirst merken, wie sich mehr und mehr wundersame Dinge ereignen und geschehen, wie Türe und Tore sich öffnen, wie du viel mehr bei dir selbst ankommst, wie du in kleinen Dingen siehst, wie das Puzzle sich immer mehr formt und wenn du dabei auch noch dir erlaubst, den Plan deiner Seele voll und ganz zu entdecken und ganz bei dir selbst in deiner Seelenessenz anzukommen, da anzukommen, was dich selbst wirklich ausmacht, dann bist du unaufhaltbar in die Richtung unterwegs, wo dein Herz und deine Seele schon so lange sich nachsehnen. Weil das ist eines der Indizien. Du hast eigene Träume, du hast eigene Wünsche, die niemand auf die Art und Weise hat, so wie du sie hast. Und das sind die Dinge, die in dir verborgen sind, die du mal mit hierher gebracht hast. Und denen darfst du folgen, um sie letzten Endes in dein Leben zu lassen. Und deshalb ist es so wichtig, dieses eine von vielen Naturgesetzen, das greift natürlich alles ineinander, zu verstehen, warum es so wichtig ist, zu beginnen, jetzt stabil das zu denken und auch zu fühlen, um das ins universelle Feld zu senden, damit all das zu deiner Lebenswirklichkeit werden kann. Unbequem dabei ist wirklich die Impulse, die du da bekommst, um auf eine andere Art und Weise zu handeln auch. Weil das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wir sind ja immer noch in einem Tuniversum. Wir dürfen daraus resultierend natürlich auch noch auf gewisse Weise anders handeln, um andere Ergebnisse zu erzielen. Weil wenn ich weiterhin Tomatensamen sähe und erwarte, dass ich Erdbeeren ernte, kann nicht funktionieren. Das ist damit gemeint. Also Einladung an dich. Wie viel mehr kannst du jetzt mal beginnen, das auszusehen, was du wirklich von Herzen ernten möchtest? Und wenn du wissen möchtest, wie ich das mal gemacht habe, schau dir gern mein kostenfreies Videotraining an. Du brauchst mir einfach nur die Info zu geben, wo ich es dir hinschicken darf. Online, in der Nähe von diesem Video, hier findest du den Link. Und dann kannst du gleich schon switchen in das kostenfreie Videotraining und dir meine drei größten Learnings holen, wie ich es wirklich geschafft habe, in das freie Leben, das meinem Herzen und meinem Seelenplan entspricht. Und auch die ganze Family da mit im Boot habe. Also, sehen wir uns gleich im Videotraining. Schau in der Nähe von dem Video. Klick auf den Link. Und dann würde ich sagen, bis gleich.